US-Präsident Trump hat den nationalen Notstand für den Bereich Telekommunikation erklärt. Ein Erlass erlaubt der Regierung, umfassend gegen ausländische Unternehmen vorzugehen. Damit solle die heimische Telekommunikation geschützt werden, hieß es aus dem Weißen Haus. Beobachter gehen davon aus, dass die Maßnahme vor allem auf den chinesischen Hersteller Huawei abzielt. US-Behörden verdächtigen den Konzern schon länger der Spionage. US-Behörden